Willkommen in der Zukunft. Ich bin die wahrgewordene Vision meiner Vorfahrinnen, die weder lesen noch schreiben lernen durften. Sie durften nicht zur Schule gehen, nicht studieren, nicht promovieren und hätten schon gar nicht als Professorin an einer deutschen Universität gearbeitet. Ich bin ihre Vision und in der Zukunft. Aber ich bin nicht alleine. Berlin im Jahr 21-23. Über ihr Bordcomputerinterface erhält die junge Studentin Juliane die Nachricht, dass sie eine Reise zum Saturn gewonnen hat. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Saturn ist nicht nur das kulturelle Zentrum der Galaxie, sondern auch der Geburtsort ihres Idols Sun Ra. Nach anfänglichem Zögern steigt sie in den Quantum Cruiser und hebt ab. Plötzlich wird sie aus der Faszination gerissen. Es kommt zu einem Systemabsturz. Das Fahrzeug gerät außer Kontrolle. Juliana stößt den Kopf und wird ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich im ländlichen Deutschland des 18. Jahrhunderts. Dort scheinen die Menschen sie schon zu kennen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln, denkt sie. Oder gibt es doch etwas, das Julianas Gegenwart mit der Vergangenheit verbindet? Juliana ist der Titel einer afrofuturistischen Kurzgeschichte, die ich im Februar 2024 als Teil einer Anthologie von David Mayonga bei Amazon Prime veröffentlicht habe. Sie spielt in einer futuristischen Welt, in der das Brain-Computer-Interface und Weltraumreisen zum Neumannität gehören. Freihandelszonen wurden bereits digitalisiert und die Absetzmärkte wurden von Roboter und künstlicher Intelligenzen reguliert. Die Erwähnung von Sun Ra als Vorbild der schwarzen Studentin ist ein direkter Verweis auf den Afrofuturismus. Seine Musik und politischen Botschaften haben die erste Welle der Bewegung stark beeinflusst. Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung. Als die Protagonistin im ländlichen Deutschland des 18. Jahrhunderts landet, damals ermöglichte der technische Fortschritt, die Welt zu erkunden, so erobern und schließlich zu kolonialisieren. Gerechtfertigt wurde das Ganze durch Rassismus. Und was noch viel schlimmer ist, Technik, Technologie und auch das Digitale, gehört seitdem zum Leben von schwarzen Menschen. Schon immer dazu, kein Add-on, kein Computer. Wir wurden gemessen, wir wurden biologisiert, wir wurden rassifiziert. Das alles nur Mittel der Technologie. Um herauszufinden, wie Juliana ihre Zeit im 18. Jahrhundert zurückerlebt, ob sie zurückreist, müsst ihr tatsächlich selbst die Geschichte lesen. So viel sei vorab gesagt. Die Geschichte soll zum Nachdenken anregen und an Juliana Rossina erinnern, eine versklavte Frau, die in Deutschland des 18. Jahrhunderts wirklich gelebt hat, geliebt hat und auch gelitten hat unter den herrschenden Machtverhältnissen. Mittels Zeitreisen stellt der Afrofuturismus eine Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar. Zeit wird dabei nicht linear gelesen. Die Zukunft kann in der Vergangenheit sein, in Form von Visionen, die wir uns erträumt haben, die wir imaginiert haben. Meistens in Form der Freiheit, des Freiseins, des Menschseins. Die Zukunft, so wie ihr es vielleicht kennt, kann aber auch noch vor uns liegen. Damit wären wir ja in der Vergangenheit und so weiter. Zeit in einem afrozentrischen Kontext ist nämlich zirkulär. Es kann gar nicht linear gelesen werden. Alles bedingt sich gegenseitig im Sinne der Sankofa-Philosophie. Der Künstler, Poet, Dramaturg und Herausgeber Philipp Kabukötzel zeigt dieses exemplarisch in seinen Arbeiten. Er setzt sich mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands auseinander und machte sich zur Aufgabe, Zitat, zukunftsgewandte, proaktive Visionen afro-europäischer Kultur zu vermitteln. In seinem Bild Transconti, was dem Afrofuturismus zugeordnet werden kann, weist er auf die transkontinentalen Verbindungen und Erfahrungen hin, die afrodiasporischen communities prägen. Diese Verbindungen sind oft geprägt von Kolonialismus, Migration und kulturellem Austausch. Er verweist gleichzeitig auf die Brüche und Brücken in der Erfahrung von Menschen, die zwischen verschiedenen Kontinenten und Kulturen leben. Durch eine afrofuturistische Linse betrachtet sein Werk, The Afropean Contemporary, als eine visionäre und transformative Erzählung über afro-europäische Identität und Erfahrung. Auf dem Cover der Anthologie, die vielen Stimmen der afrikanischen Diaspora vereint, schafft er eine bedeutende Verbindung zur historischen Zeitschrift Ila Lombeya Kamerun, eine bilinguale Zeitschrift, die bereits 1908 in Hamburg verlegt wurde und die Stimmen der Afrikanerinnen während der Kolonialzeit dokumentiert. Die historische Zeitschrift dient ihm als Inspirationsquelle für seine künstlerische Auseinandersetzung mit seiner afrodeutschen Identität. Er bezieht sich auf die historischen Kontinuitäten, auf das kulturelle Erbe der afrikanischen Diaspora in Deutschland und unterstreicht die Bedeutung von Erinnerung, Aufarbeitung, Reflexion und Empowerment. Schwarze deutsche Geschichte. Eine Frage mal, wie viele Personen kennen Sie in diesem Bild? Könnten Sie jemanden namentlich benennen? Lauter? Super. Wer noch? Ja. Roberto Blanco. Okay, den kennen wir alle. Ein paar der historischen Figuren vielleicht? Schwarze deutsche Geschichte reiht viel weiter zurück, als viele von uns tatsächlich glauben. Genau genommen kann es gar nicht datiert werden, weil wir gar nicht so weit zurück geforscht haben bislang. Wie viele Personen Sie erkennen oder eben nicht erkennen, ist tatsächlich ein Zeugnis davon, wie viel Information in diesem Raum schon mal über schwarze deutsche Geschichte vorhanden ist oder eben auch fehlt. Nach dem Verlust der deutschen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg verfiel Deutschland in eine koloniale Amnesie. Schulbüchern von der Grundschule bis zur Hochschule werden die Präsenz von schwarzen Menschen historisch ausgeklammert. Die Bilder, die wir von Menschen afrikanischer Herkunft aus den Medien kennen, sind Stereotype-Darstellungen, kommen aus einer kolonialisierten Vorstellungswelt. Bereits während der Kolonialisierung gab es Einzelpersonen und Organisationen, die sich für Sichtbarkeit und Anerkennung der schwarzen Menschen in Deutschland eingesetzt haben. Dazu zählte beispielsweise der Afrikanische Hilfsverein, der 1918 in Hamburg gegründet wurde. Es war der erste gesamtdeutsche Verein zur Interessenvertretung schwarzer Menschen in Deutschland. Es sollte, Zitat, das Gefühl der Vereinsamung inmitten der weißen Bevölkerung nehmen. Zitat Ende. Ein Missstand, wogegen heute noch immer viele schwarze Menschen in Deutschland kämpfen. Was diese Geschichte uns aber auch zeigt, ist, dass damals auch schon Menschen Visionen von der Zukunft hatten, sich eingesetzt haben, um in Deutschland eine Zukunft zu haben, womit wir beim Afrofuturismus angekommen wären. Der Begriff wurde in den 1990er Jahren geprägt, obwohl er seit jeher Bestandteil der schwarzen Communities sind. Versklavte Menschen träumten, wie ich eingangs sagte, davon frei zu sein, lesen und schreiben zu lernen. Das schon sind erste afrofuturistische Visionen, auch obwohl der Begriff noch nicht existierte. Der schwarze US-amerikanische Journalist und Aktivist W.E.B. Du Bois, Begründer der Black Studies und der NAACP, Er lebte eine Zeitweile hier in Berlin, machte seine grundlegende Antirassismusforschung hier in Berlin während des deutschen Kolonialismus. Er gilt als einer der Pioniere des Afrofuturismus. Wenige Deutsche wissen das. Er wird selten in einem soziologischen Kontext gelesen. Er war Schüler von Max Weber. Max Weber kennen Sie sicherlich alle, oder? Oh, ich sehe einen Nicken. Andere so, nö, noch nicht. Du Bois, den sollen Sie nachschlagen. Ich glaube, dass seine Lehren uns auch in der hiesigen Zukunft viel nutzen würden. Er zählt wirklich zu einem der ersten Antirassismusforscher der USA. In seiner Kurzgeschichte, The Comet, wo ich vor einigen Jahren schon ein Symposium unter dem Titel machen durfte, am Hau-Theater in Berlin, da setzt er schon Motive des Afrofuturismus ein, um genau diese Frage nach einer Zukunft von schwarzen Menschen zu stellen. Die Kurzversion der Geschichte, ein Komet zerstört New York, der einzige Überlebende, ein schwarzer Mann. Er geht auf die Suche, um andere Überlebende zu finden und findet eine weiße Frau. Wir schreiben das Jahr 1920. Es herrscht Segregation in den USA. Die weiße Frau will nichts mit ihm zu tun haben, merkt aber sehr bald, dass sie Gesellschaft braucht und alleine nicht überleben kann. Sie ziehen beide zusammen fort und treffen auf ihren Verlobten und den Vater mitten eines rassistischen Mobs. Auch sie haben überlebt. Der Mob will Jim, den schwarzen Mann, sofort lynchen. Sie springt dazwischen. Er wird verschont. Hinter dem Mob kommt aber seine Ehefrau hervor mit einem toten, schwarzen Kind auf dem Arm. Da endet die Geschichte. Und als Kurzgeschichte lässt es natürlich viel Raum zur Spekulation. Das ist auch ein typischer Motiv des Afrofuturismus. Die Geschichte wurde geschrieben 1920, als die letzte Pandemie gerade zu Ende ging. Wir wissen, wie das sich anfühlt. Wir haben es alle selber hinter uns. Die Menschen saßen zu Hause. Die technologischen Möglichkeiten gab es nicht, wie wir sie hatten. Im Sommer des Folgejahres folgte der sogenannte Red Summer. Ein Sommer voller Mord, Lünchen, Verbrennungen, Überfällen. Die Bilanz 38 Menschen starben, 500 wurden zum Teil schwer verletzt und mehr als 1000 schwarze Familien wurden obdachlos. Das ist die Vision, die Zukunft, die Du Bois in seiner Geschichte widerspiegelt. Während der Zeit durchlief auch Deutschland eine Periode von politischer und sozialer Veränderung. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Hungersnot, Lebensmittelknappheit. Was die Menschen rettet? Der Jazz. Jazzmusik. Die Musik des Afrofuturismus. Die Musik, die auch digitalisiert wird. Sun Ra, den ich eingangs schon erwähnt habe, gilt als eine der bekanntesten, Jazzmusiker. Als er in den 70er Jahren in Deutschland bekannt wurde, wurde er aber komplett seiner politischen Macht enthauptet. Er eine der führenden Afrofuturisten mit einer ganz klaren Botschaft, nämlich dass Menschen, schwarze Menschen, auf einer von Rassismus durchzogenen Erde, von einer Rassismus strukturierten Erde überhaupt nicht überleben können. Er sucht einen neuen Lebensraum in Saturn. Dort soll es ein neues System geben, predigt er in seiner Musik. Diese Botschaften kommen hier in Deutschland überhaupt nicht an. 1970er Jahre. Black Panther. Wie viele von euch haben den Hollywood-Blockbuster gesehen? Ah, das ist schon ein paar mehr. Super. Aber wie viele von euch kennen die Comics, die 1960 bereits geschrieben wurden, worauf der Film tatsächlich basiert? Sie wurden zehn Jahre später, 1970er Jahre, auch auf Deutsch übersetzt, waren hier erhältlich. Auch Mittel der Kommunikation, um die Ideen des Afrofuturismus auch nach Deutschland zu transportieren. Es sollte aber bis in die 90er Jahre dauern, bis die Botschaft tatsächlich in der Community ankam. Die ersten schwarzen Künstlerinnen begannen, genau die Ideen des Afrofuturismus zu übersetzen. Zuerst mit Kreide und Papier, Sandpapier, wie Masseo hier. Masseo, eine afrodeutsche Künstlerin, die zuerst tatsächlich auch Comics mit Afrodeutschen Superheldinnen zeichnete. Und hier eine Afrofuturistische, ihre Vorstellung eines Afrofuturistischen Universums. Weniger Zeit später eröffnet sich der digitale Raum und eine Geschichte, eine organische Geschichte, die seit jeher Bestandteil unseres Seins unserer Existenz und unserer Präsenz auf dieser Erde ist, öffnet sich, um genau diese Botschaften tatsächlich auch in Deutschland zu vermitteln. Afrofuturismus, eine digitale Revolution. Das ist genau der Moment mit dem Internet, wo auch politische Botschaften übermittelt werden konnten, in die Communities ankamen. Jazzmusik, was wirklich weiß gewaschen wurde, seiner politischen Macht entzogen wurde. Die verspäteten Botschaften, die erreichten uns durch den digitalen Raum. Der Afronet, eine Mailingliste wurde aufgestellt. Diese Liste gibt es seit 1991 und ist aus der schwarzen deutschen Community nicht mehr wegzudenken. Auch das ein Mittel zur Kommunikation und vor allem zur Gestaltung von Zukunft, von Plänen, wo Veranstaltungen und auch politische Dinge diskutiert werden untereinander. Auch ein Mittel des Afrofuturismus, was es nicht nur in Deutschland gibt, sondern vor allem in vielen afro-diasporischen Communities als Kommunikationsmittel dient. Cyber-Nomads gehen on air, beziehungsweise erobern den digitalen Raum. Der Begriff Cyber-Nomads wurde in den 1980er Jahren schon geprägt, als das Internet begann, eine breite Akzeptanz und Nutzung zu erfahren. Die Idee von Nomaden bezieht sich dabei auf Menschen, die virtuell durch das Internet reisen und sich in verschiedenen Online-Communities und Räumen bewegen, ohne an einem festen physischen Ort gebunden zu sein. Die Communities in den verschiedenen Diasporen zwischen Deutschland und Amerika, Südamerika, quer durch Europa fangen an, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und aus der Diaspora tatsächlich einen geopolitischen Raum zu gestalten, was jenseits von Nationen reicht und tatsächlich Machtstrukturen dekonstruieren. Der Betreiber Michael Küppers Adebisi und seine Partnerin Adetant Küppers Adebisi beginnt schon in den 1980er Jahre, Vorträge wie diesen, Panel-Gäste und alles mit der Camcorder in dieser Größe wahrscheinlich noch, aufzunehmen. Inzwischen haben sie ein Archiv von über 2000 Videofilmen, Vorträgen, you name it, Panel-Diskussionen, die sich eben in diesem Archiv befinden. Und natürlich, für wem sind Archive? Sie bewahren die Vergangenheit für zukünftige Nutzer. Afrofuturismus 2.0. Es kommt nämlich nach dem Internet die Social Media. Jetzt werden wir auch selbst zu JournalistInnen, selbst zu Cyber-Nomads, zu Reisende durch den digitalen Raum. Musik, Film, grafische Darstellungen gewinnen an Bedeutung. Wir werden zur Architektur unseres eigenen, zu den Architekten unseres eigenen Lebens. Wir formen unsere Welt. Der Afrofuturismus ist aber nicht nur ein künstlicher Ausdruck, ein kreativer Ausdruck. Gerade die 2.0-Bewegung lässt sich, also sprich in den sozialen Medien, erlaubt, dass der Afrofuturismus sich erweitert. Philosophien entwickeln sich. Es wird Gegenstand von wissenschaftlichen Diskursen und von sozialen Bewegungen. Die bekannteste afrofuturistische Bewegung, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie die Black Lives Matter Bewegung kennen. Wo waren Sie eigentlich, als George Floyd ermordet wurden? Können Sie sich noch an den Moment erinnern? Wir waren alle zu Hause. Es war wieder eine Pandemie. Die Zeit wiederholt sich. Wir drehen uns im Kreis. Black Lives Matter, eine Hashtag-Bewegung von der US-amerikanischen Aktivistin Alicia Gasser. Im Juli 2013 schrieb sie bei Facebook, Zitat, Black people, I love you, I love us, our lives matter. Anlass dazu war der Freispruch von George Zimmerman, der den unbewaffneten schwarzen Teenager Traven Martin erschoss. Ein Jahr später erfolgten die ersten Demonstrationen auch hier in Berlin. Wer von euch war dabei? Wir schreiben das Jahr 2014. Die Demonstrationen 2020, das war nämlich nicht die erste. Wir hatten uns schon lange organisiert. Online, digital. Wir waren auf deutschen Straßen, deutschlandweit, europaweit. Erst als alle gezwungen waren, zu Hause zu bleiben 2020, da hat die weiße Mehrheitsgesellschaft mitbekommen, was tatsächlich los ist. Rassistische, Polizeigewalt, struktureller Rassismus, Themen, die endlich die Mitte der Gesellschaft erreichten. Sie sind aus der virtuellen Welt raus auf die Straße. Sie fingen im digitalen Raum an und nicht umgekehrt. Etwas, was wirklich unsere Community ausmacht. Zur selben Zeit, als die Black Lives Matter Bewegungen in Gang waren, erfolgte eine Online-Umfrage von EOTO, Each One Teach One, eine schwarze Bibliothek hier in Berlin. Es wurde danach gefragt, wie und welche Rassismuserfahrungen in unterschiedlichen Themenbereichen, vom Beruf, Arbeit, Schule. Zwei Bereiche habe ich mitgebracht. Die Ergebnisse wurden 2021 bekannt gegeben. 76,1 Prozent haben angegeben, im Bereich Kunst und Kultur diskriminiert worden zu sein. 76,7 Prozent haben angegeben, im Bereich Medien und Internet diskriminiert worden zu sein. Die Liste ist lang und digital sei Dank für alle zugänglich. Auf der Basis dieser Online-Befragungen kamen wir wieder in der Realität an. In eure Realität. Die Zeit wurde synchronisiert und die Politik hat gehandelt. Es wurden Maßnahmen umgesetzt. Ich werde sie jetzt nicht kommentieren. Das ist Stoff für einen anderen Vortrag und eine andere Debatte. Aber ich will ja positiv bleiben. At least something is happening. Es passiert was. Wir haben aber einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor uns. Um den Weg vor uns zu verstehen, müssen wir erst den langen, langen, langen Weg zurück in die Zukunft machen. Ich lasse euch mit einer letzten Frage. Danke. 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 Vielen Dank.